Musik 30 Leben Oh Gott Willkommen in der letzten Welt Und ja Wir haben beide Angst, weil wir wissen Es wird brutal schwer Trautes Heim Eis allein Und hier spielt jetzt das eigentliche Main Theme von Tropical Freeze Und wir sind in der Easter Egg Welt gelandet Ja, es gibt in dieser Welt so viele Easter Eggs Oh nein Normalerweise halten diese Eisplatten Zwei Sprünge aus Das bedeutet, jeder von uns Darf nur einmal drauf springen Ich hoffe mal nicht, dass das ein Puzzleteil war Du musst runter Ah, es fällt Einfach oben dran hängen Was soll ich denn euch essen? Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo hier die Puzzleteile sind Ich könnte mir vorstellen, dass wir gerade schon eins verpasst haben Bin ich ganz ehrlich Ja, das ist dann aber eins, das actually nicht so einfach ist K.O.M.G. fürs K-Level Freu mir Oh, lauf Ich bin schon dabei Dauern, sei es, da uns eins Geh du gut, geh du gut Oh Ihr merkt, wir sind wieder gut drauf Das wird heute Oh, das kann das trof Vielleicht sogar Wir haben das Puzzleteil Ich bin schon dabei Ich bin schon dabei Ich bin wieder Du bist Ich bin über Ich bin über Ich bin über Ich bin über Für ich habe ich habe selbst das ist gut das ist wichtig ach ja sonst das mit der kanone so ein bisschen schwierig Achtung, ich schieße jetzt und nicht wieder rein ja mach einfach, mach einfach was ich hatte nur ein Leben Langsam wieso, wieso wirbelt der AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH dieser einzige Streuner soll ich mich ja ganz ehrlich sagen, immer den Anfang des Soundtracks, ich höre das so ein bisschen ja der Anfang ist halt so ein bisschen, das sieht halt nix, ne Checkpoint! rüber schmeckt, rüber schmeckt und das da oben sieht mir verdammt nach Kronos aus einen Achtung, einen, 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 they're deep dun 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 quero ba bene auf匹äu und nochmal von vorne in den Clare kindern Hast du den Fernseher ein bisschen gedreht? Äh, unabsichtlich. Finde ich gut. Ähm, lass mich mal hinziehen. Da war es welcher Sprungmeldung der letzten Fluss. Ja. Ja. Perfekt. Ich hätte es gedacht. Zum Glück kein Bonus. Niemand mag Bonus. Ich freue mich gleich schon auf Harry Potter. Das beste Game, wo man nur ein paar Stunts verliert, wenn man stirbt. Das Pooling-Zieb ist das Ganze. Ich habe keine Ahnung, wie es geht. Ich habe keine Ahnung, wie es geht. Möchte sich einer opfern, soll ich eine opfern. So. Okay, dann spiel einfach weiter. Rübersprungen. Wo kam der Skillcard von mir her? Ja, wir haben aber nur drei Puzzleteile. Was? Ich guck mal kurz nach, wo die anderen sind. Ich habe keinen Bock, jetzt hier in dem Level zu suchen. Aber wo kam Bitteschön der SGD her von mir? Ich habe eine böse Vermutung am Ende da. Aber diese acht Bananenstauen, dass man die einsammeln muss. Wir sehen uns gleich wieder. Was ist da noch? Was ist denn da oben? Da unten stehen wir. Der Lied ist noch was. Wer soll ich das denn bitteschön finden? Hier. Ne? Ja. Danke. Das war ein Bonus-Urbuch von Gast. Also okay. Du hast einfach nicht die Ruhe da drauf zu achten auf diesen Bonus. Also... Ja, auf das Fässchen. Das passiert so viel auf dem Screen da und das siehst du einfach nicht. Oh. Wow. There we are. Das war's. So funktioniert das Ganze. Wir spielen jetzt mal Level 2. Der sechsten Welt. Verschollen im Eis. Auch ein unglaublich schöner Soundtrack. Ja, ich... Ich kenne es auch gleich nicht beim Namen. Ich kenne alle Soundtracks beim Namen. Nicht schwimmen, genau. Und der friert man nämlich hier. Alter, irgendwas. Das ist... Das ist so eine schöne kleine Hommage um DK Returns. Video. Da kommt der DJ, äh... DJ. DJ? Aber der DJ kommt. So, bleibt da stehen. Da kommt der DJ damals noch nicht schwimmen. Das war nämlich auch eine Strandwelt. Und... Ich bin halt immer gestorben. Finde den Bonus. Ich hab ihn gefunden. Ah ja, ins Iglu rein. Das ist ja cool. Ich hab ihn gefunden. Ah ja, ins Iglu rein. Das ist ja cool. Ich habe ein Giraffe. Und wir finden jetzt schon... Fünf. 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 Witz. Haben wir das? Wir haben die anderen nicht. Gut. Beide. Ähm... Ich ziehe hier einfach. Und du kannst ganz in die Runde das Schiff erkunden. Alle Bananen einsammeln. Und dann am besten race mal zur Mittelplanform und zieh sofort weiter. Dann komm ich vorbei. Und ich übernehme. Was los? Und das ist jetzt alle Zeit der Welt. Das ist praktisch hier im 2Player. Im 2Player kann man manchmal so ein bisschen schön cheaten. Das sind die hässliche Viecher. Komm nochmal zurück. Okay, da ist nichts. Ich hab gedacht, vielleicht ist da hinten ja was. Da, da ist sie nichts. Nein, 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 da ist nichts. Lol. Bist du eigentlich zugeschaut? Nein, nein. Du verlierst ihn. Nein. Ganz schön. Oh! Oh! Halten wir fest, das Level klappt bisher deutlich besser als das erste. Und halten wir hier dran auf. Eine Folge? Oh! 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 Ich hab auch schon ein Gefühl, wo... Oh! Oh! Den nehme ich wieder? Ja, den mach ich wieder. Der ist fies. Weil wenn du hier mal 2-3 Bananen vergisst, an so ein bisschen stellen, warst das im Ort. Aber ich darf es auseinander gehen mit zusammen. Wollte aber nochmal spannen. Sag dich doch, wenn man mal eine blöde Banane vergisst, die kann einen sofort Kopf und Kragen kosten, wenn du gewonnen hast. Huuuui. Huuui! Du wiegst du. Aua! 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 Huuuuuu! Wir springen im Takt. Da ist das Game. Warte, ich bin ohne, dann kannst du das Game nehmen. Kannst du auch noch was ziehen? Nein, das ist nur das Schiff umzuhalten. Äh, Entschuldigung, das war close. Ah. Ah. Ich guck mal ganz, ganz, ganz wieder. Weg, 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 weg. Was schaffst du? Scheiß Eule. Ah. Ah. Das ist mies. Ey, weg. Warum... Warum waren die Plattform denn da noch nicht da? Woh-oh. Woh-oh-oh. Oh nee, das geht wieder zurück. Ne. Ne. Oh, okay. Wir haben ein Checkpoint. Wie viele Prozentile fehlen uns? Wir haben eins, oder? Eigentlich glaube ich nicht, ich weiß was Prozentile ist. We got this. Aber wie kommt wieder hin? Nein, fest. Nein, fest. Jetzt kommt so. Jetzt habe ich Zeit. Nee, lass noch mal runter. Dann kannst du da einfach hochkuchen. Das sieht doch sehr aus. Kannst du schon mal drücken. Ah. Ich glaube, du musst auf einen wieder Fische bounceen. Nein, nicht so. Ganz hier nicht so. Haha, du doch. Ich glaube, das geht wirklich von der anderen Seite, oder? Ich glaube, das geht wirklich von der anderen Seite, oder? Also... 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 Ich bin mir zuhörig sicher, dass das da drin ist. Ah. Ich glaube, wir haben ein Gegner zu früh getötet. Nein! Das ist gut. 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 Oh, ich war schnell alt zu spiel. Wir haben alles, first try, wild. Ja, perfekt. Ende der Folge, 24 Minuten, ist ja eigentlich noch ganz gut. Bis zum nächsten Mal, danke, dass ihr zugesehen habt. Das war... Tschüss. ... 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 Untertitelung des ZDF, 2020